Herzlich willkommen bei Economic Training bei Stefan Deininger. Ich zeige dir heute in diesem Video, wie du mit zweimal Krafttraining pro Woche wirklich, wirklich, wirklich sehr gute Muskeln aufbauen kannst. Und deswegen, bleib dran! Wie ich bereits am Anfang erläutert habe, heute die wichtigsten Prinzipien, wie du mit zweimal Krafttraining pro Woche wirklich famose Ergebnisse erzielen kannst. Erstens, führe ein Ganzkörpertraining durch. Zweitens, wähle für den Unterkörper etwa zwei bis vier Übungen und für den Oberkörper sechs bis acht Übungen aus. Führe pro Übung wirklich nur einen einzigen Satz aus, und zwar mit einem Trainingsgewicht, wo du sechs bis acht Wiederholungen ausführst. Das Gewicht soll so schwer sein, dass du innerhalb von 60 bis 80 Sekunden oder sechs bis acht Wiederholungen das Technikmuskelversagen erreichst. Und demzufolge arbeitest du mit einer Wiederholungsgeschwindigkeit der sogenannten Kadenz von 4-1-4-1. Das bedeutet, vier Sekunden die positive Bewegung ausführen, eine Sekunde haltend, vier Sekunden die negative Wiederholung ausführen, wieder eine Sekunde haltend. Also pro Wiederholung wirklich langsam kontrolliert, jeweils zehn Sekunden. Der Fokus sollte also bei dem Training auf Qualität, auf Intensität sein, aber bei Erreichen von acht sauberen, kontrollierten Wiederholungen. Dann gehst du im nächsten Training etwa um 5% mit den Trainingsgewichten hoch. Versuche die Satzpausen zwischen den jeweiligen Übungen relativ kurz zu halten. Empfehlungen wirklich 30 bis 60 Sekunden, also eine Übung ausführen und gleich zur nächsten Gewicht einstellen und weitermachen. Du solltest bei einem Ganzkörpertraining Minimum 50% der Übungen, Ganzkörperübungen wählen, also wo Übungen, wo mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht werden. Zum Beispiel die Beinpresse, eine Banktrühvariante, eine Rudervariante, Klimmzüge, Dips oder eben Schulterpresse. Wenn du diese Punkte umsetzt, dann kannst du bereits in 30 bis 35 bis maximal 40 Minuten ein fantastisches, effektives, effizientes Ganzkörperworkout erzielen, wo du vielleicht sogar bessere Fortschritte erzielen kannst, wie bisher mit deinem herkömmlichen Trainingsprogramm. Wenn du mehr über zeitsparendes Krafttraining wissen möchtest, wenn du mehr über meinen Kanal, über mich erfahren möchtest, über dieses Trainingssystem, dann abonniere mich am besten. Ich würde mich in jedem Fall sehr, sehr freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.